Wir sind traurig. Er war einer der grössten Spieler, wenn nicht der grösste, den wir je erlebt haben. Wir sind stolz, dass er es hier gelehrt hat, ursprünglich bei Seppli Kaczowski, Peter Carter und vielen anderen Trainern. Und das Tolle ist, jedes Mal, wenn er hierher kam, er war immer der gleich bescheidene, fröhliche Typ. Er wurde nie abgehoben, nie angehoben. Ich denke, es ist nicht so sehr überraschend, denn er war jetzt zwei, zwei Jahre lang, und er konnte sehr viel spielen. Ich denke, es ist nicht eine große Überraschung, aber ich denke, es ist wirklich schade für alle. Even wenn alle erwartet, es ist ein schwerer Tag. Ich liebte, wie er auf der Straße war. Ich liebte, wie er auf der Straße war. Ich war mit ihm ein bisschen mit ihm, aber nicht viel. Ich hatte Pizza mit ihm in Basel, als ich als Ballboy war. Und wir waren nervös für etwa zwei Minuten, und danach, wir waren einfach mit einem normalen Person. Wenn ich denke, dass Roger hier vorhin war, er ist so ein Superstar, aber er hat den gleichen Ort wie ich jetzt habe. Das ist einfach ein verrücktes Gefühl, und das ist ziemlich lustig. ... Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, es ist anders jetzt auch mit dem Roger. Jetzt schauen wir mal, wer der nächste gute Schweizer wird. Bis zum nächsten Mal.